Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Seit1908TV. Weiter geht es bei uns heute mit unserer großen Interviewreihe und wir freuen uns auf einen jungen Mann, der in den letzten Jahren zum absoluten Fanliebling avanciert ist und den spätesten seit der laufenden Herbstaison wirklich jeder Fußballfan in ganz Österreich kennt. Herzlich willkommen, Bawau Pervan. Hallo. Bawau, du feierst ja morgen deinen 27. Geburtstag und aus diesem Grund starten wir natürlich standesgemäß. Statt großer Worte gibt es für dich eine kleine Torte und ich darf dir im Namen des kompletten Seit1908 der Tee-Teams und im Namen aller Lask-Fans recht herzlich gratulieren und alles Gute wünschen. Danke. Danke an alle. So, damit der Wunsch in Erfüllung geht, frage ich nicht nach, was du dir gewünscht hast. Steigen wir gleich ein. Es ist jetzt genau Halbzeit in das Kaipo Erste Liga. Ihr habt seine tolle Herbstsaison hingelegt. Ihr seid Tabellenführer, zwei Punkte vor Liefering, die nicht unser Gegner sind. Fünf Punkte vom ersten echten Verfolger vor den Matersburgern. Hast du mit dieser guten Spielart und mit diesem guten Herbst gerechnet oder kommt es auch für dich überraschend, dass sie doch ganz vorne steht? Also ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe damit gerechnet, weil ich jetzt schon länger beim Lask bin und weiß, wie der Verein tickt. Und mit dem Wechsel in der Vereinsführung hat sie noch einmal einiges getan. Und ich weiß, dass die Leute, die am Werk sind, man muss sich ganz einfach nur mal den Trainerstab und die Vereinsführung eben selber auch anschauen. Ich weiß, dass diese Leute erfolgreich sind im privaten Leben und das möchten sie ganz einfach auch mit Lask sein. Und von dem her war das für mich logisch, sage ich jetzt einmal, dass sie eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen werden, dass wir uns punktuell noch einmal verstärken und dann, sage ich jetzt einmal, Richtung ersten Platz angreifen. In den ersten 18 Runden musst du dir gerade einmal zwölf Gegentreffer hinnehmen. Wie groß schätzt du da deinen persönlichen Anteil ein? Und so etwas wie die Mannschaft ist das da, lasse ich als Antwort jetzt nicht gelten. Ja, aber das muss ich bringen. Nicht, weil es jetzt alle hören wollen oder weil ich so bodenständig sein will oder was auch immer, sondern weil es tatsächlich so ist. Ich spiele jetzt schon lange mit der Mannschaft zusammen und mit vielen Spielern aus der jetzigen Saison natürlich. Und wir kennen uns sehr gut und das, glaube ich, ist unser Erfolgsgeheimnis. Aber nicht nur das Sportliche ist wichtig, sondern auch das andere abseits vom Platz. Und das spricht der Teamgeist und der ist bei uns auf alle Fälle gegeben. Das sieht man auch an den neuen Spieler, wie schnell die sich integrieren. Und ich glaube, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, warum wir so gut funktionieren, wie wir eben funktionieren. Lass mir das Sportliche, die aktuelle Situation kurz beiseite. Du hast mal einen Geburtstag, das heißt, du hast vor rund 27 Jahren das Licht der Welt erblickt und zwar im ehemaligen Jugoslawien. Wo denn genau? Ja, stimmt. Und zwar in Livno, das ist in Bosnien, das ist an der Grenze zu Kroatien. Und es ist noch der kroatische Teil. Also es sind größtenteils Kroaten dort. Und ja, dort bin ich auf die Welt gekommen und dann mit vier Jahren nach Österreich gezogen. War das damals schon im Folgete des Jugoslawienkrieges oder unabhängig davon? Ja, der Krieg war jetzt schon ausgebrochen. Und ja, die Familie hat sich so entschieden. Wir sind nach Österreich gekommen. Da hat man ganz einfach viel bessere Möglichkeiten gehabt. Und jetzt sieht man natürlich auch im Nachhinein, dass es die richtige Entscheidung war. Du hast bestimmt auch Kontakte in die alte Heimat und verfolgst dort wahrscheinlich auch den Fußball? Ja, auf alle Fälle. Ich habe viele Freunde dort, viele Verwandte und ich besuche mein Geburtsort regelmäßig und fahre sehr gerne dorthin und bin zweimal im Jahr mindestens dort. Da darf ich vielleicht kurz nachfahren, weil es ja gerade aktuell ist. Das alte Jugoslawien war immer bekannt schon für grandiose Spieler und ähnlich ist es jetzt in den ganzen Nachfolgestaaten. Allerdings hört man dort auch immer wieder von Fan-Krawallen, von Korruption und auch die Politik mischt dort doch einigermaßen mit. In Linz gibt es natürlich auch einen Aufreger, wenn der Bürgermeister, der Linz hat im LASK die Subventionen um ein Drittel kürzt, nur um sie dem Lokal bewahlen um fast 100 Prozent zu erhöhen. Aber solche Geschichten, wie man es gesehen hat beim EM-Quali-Spiel zwischen Serbien und Albanien, sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Wie schätzt denn du dort die Situation ein in den nächsten Jahren auf Nationalteam-Ebene und auch auf Club-Ebene? Ja, ich glaube, dass die Situation weiterhin angespannt bleiben wird. Ich glaube, das gibt man den Kindern auch mit, sage ich jetzt einmal. Und die bekommen das von klein auf so mit. Und ja, das ist leider Gottes so bei uns unten im ehemaligen Jugoslawien. Aber ich glaube, dass wir als Sportler einen wesentlichen Teil dazu beitragen können, dass sich das Ganze bessert. Dann muss ich jetzt nochmal anschauen, wie die Spieler von Serbien in dieser besagten Situation reagiert haben, als die Fans aufs Spielfeld gestimmt sind und so. Die haben sich eigentlich größtenteils vor die als Spieler von Albanien gestellt und sie geschützt. Und ich glaube, wenn man solche Vorbilder hat, dann macht das schon sehr viel aus. Schade, weil wenn man so zurückdenkt, gerade diese Spiele, ein bisschen kann ich mich anmerken, ich gehe ja doch auch schon auf den 40er zu. Die Spiele der Jugoslawien waren wunderschöne Fußballspiele, weil dort wirklich sehr, sehr viele begnadete Kicker dabei waren. Ja, auf alle Fälle. Also das sieht man ja auch international, dass in den ganzen Top-Mannschaften, egal wo, Spieler aus dem ehemaligen Jugoslawien spielen und dort eine wichtige Rolle spielen. Also nicht einfach nur Mitläufer sind, sondern teilweise auch Spielmacher oder Kapitäne sind, ganz wichtige Rollen einnehmen. Und ja, ich finde es auch schade, aber so ist es. Aber ich werde auf alle Fälle meinen Teil dazu beitragen als Sportler, um das zu verhindern, dass es wegen mir so jetzt mal Krawalle gibt. Naja, da gibt es eher Krawalle wahrscheinlich, weil die Mädels da zum Randalieren anfangen, weil sie unbedingt in der Nähe holen, oder? Das weiß ich nicht. Diese Probleme habe ich noch nie gehabt. Schauen wir zurück zum kleinen Paar. Du bist mit vier Jahren nach Österreich gekommen, nach Wien, glaube ich. Und wo hast du dann deine ersten Fußballschuhe zerrissen? Beim Favoriten AC. Also auch beim Traditionsklub? Genau, auch beim Traditionsklub. Ich wohne nämlich zwei Minuten vom Stadion entfernt, und so hat es sich dann auch ergeben, dass ich gleich beim FVC anfange. Übrigens, der Radovan Wojanovic hat dort auch gespielt und ich weiß nicht, ob er dort angefangen hat, aber gespielt hat er dort. Ja, scheint ein gutes Platz zu sein. Der Dako wohnt auch ganz in der Nähe, also seine Eltern. Ja, der ist auch im 10. Bezirk. Also ja, ich hoffe, ich vertrete den FVC ganz gut. Absolut. Warst du im Nachwuchs auch schon immer Torwüter oder hast du es am Feld auch versucht? Am Anfang habe ich es am Feld versucht. Und ja, muss ich ehrlich zugeben, dass ich am Feld ein bisschen zu aggressiv an die Sache herangegangen bin. Also ich habe das nicht verkraften können, wenn mich wer ausgespielt hat oder so. Dann kam halt gleich die Grätsche oder ein Foul. Und ja, dann hat sich der Trainer gedacht, ja, es kann so nicht weitergehen und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Und durch meine Körpergröße, weil ich früher auch nicht der Kleinste war, bin ich dann ins Tor gestellt worden. Du bist also strafweise ins Tor versetzt worden. Ja, aber es hat mir dann schnell sehr gut gefallen und ich muss ehrlich sagen, vielleicht jetzt war das Schicksal und ich bin dankbar, dass es so gekommen ist. Du bist dann später in Schwächert gelandet. Hat es da zwischendurch noch andere Stationen gegeben in Wien? Ja, da war ich noch beim Team Wiener Linien. Da war ich 13 Jahre alt, von 13 bis 16 und dann mit 16, 17 zu Schwächert und dann von Schwächert zum FC Lusten auch. Diese zweieinhalb Jahre in Schwächert, die waren irgendwie schwer zu recherchieren. Du hast dort gespielt, bist aber in der Regionalligamannschaft, glaube ich, einmal Ersatz gewesen und hast zwei Partien wirklich von Beginn an gespielt. Ansonsten haben wir über diese Zeit wirklich gar nichts herausgefunden, wo hast du da gespielt in Schwächert? Ja, also bei Schwächert habe ich in der U18 gespielt und in der U19 und dann zusätzlich noch bei der Kampfmannschaft mittraniert. Dann habe ich noch zusätzlich für die Reserve gespielt und in der ersten Mannschaft, da war damals ein Torhüter, der hat Nikola Prekic geißen, der war der erste Torhüter, da hat eine sensationelle Saison gespielt und hat zu Recht auch gespielt und ich war sehr jung und wurde, sage ich jetzt mal, nicht so ernst genommen, weil ich eben die Karriere noch vor mir hatte, unter Anführungsstrichen, und ja, das hat sich dann eben so ergeben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer dort zu meinen Spielen gekommen, sogar in der Kampfmannschaft habe ich eben ein Spiel bestritten, was damals für mich natürlich super war, aber so wollte ich natürlich nicht weitermachen und dann hat sich das ergeben, dass ich zum FC Lustenau wechseln kann und genau zu dem Zeitpunkt wollte ich mich dann Schwächert unbedingt als ersten Torhüter halten, aber ja, das Angebot vom FC Lustenau wollte ich natürlich nicht ausschlagen. Wie ergibt sich so ein Angebot eigentlich? Du warst Reservetorhüter in der Regionalliga Ost, wechselst ans andere Ende Österreichs und bist dort sehr, sehr erfolgreich, weil gleich im ersten Jahr hast du von diesen 36 Partien 21 von Beginn an bestritten. Ja, also ich muss dazu sagen, beim SV Schwächert hat die zweite Mannschaft, also die Reservemannschaft, das war eigentlich eine Kooperationsmannschaft mit dem SV Antonshof, die haben in der letzten oder vorletzten Klasse gespielt, und ja, andere Spieler von Schwächert, das sage ich jetzt einmal, waren sie vielleicht zu schade oder so, dass sie da in der vorletzten Klasse spielen, mir war es eigentlich nur wichtig, dass ich spiele, dass ich erwachsene Fußball spiele und ich glaube, über den Trainer beim SV Antonshof bin ich dann zum Herrn Andi Heraf gekommen, habe dort ein Probetraining absolviert, damals bei Schwanenstadt, das hat geklappt, der wollte mich auch unbedingt behalten, hat mich aber auch in einem anderen Verein empfohlen, nämlich FC Lustenau, weil er beim SV Schwanenstadt nicht so viel für mich tun konnte, wie er wollte, und so bin ich dann zum FC Lustenau gewechselt und ja, ich bereue diesen Schritt überhaupt nicht, so habe ich vor allem wer kennengelernt, habe eine super schöne Zeit gehabt, war auch mehr oder weniger erfolgreich und ja, das möchte ich nicht missen. Ganz egal, wie es sportlich gelaufen ist, für die war dieses Gastspiel in Vorarlberg, vor allem privat, glaube ich sehr, sehr wichtig. Ja, dort habe ich natürlich auch, das wollte ich dazu sagen, gut, dass du das erwähnst, sonst hätte ich daheim gleich wieder ein Ärger gehabt. Ja, daheim in Vorarlberg habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt, nach einem Jahr und ja, seitdem sind wir glücklich und sind ganz gut. Sportlich, wie schon kurz gesagt, die erste Saison war ja sensationell, du bist sehr, sehr viel zum Spiel gekommen. Zu Beginn der zweiten Saison im Herbst ja auch noch und dann war aber, glaube ich, irgendwie der Wurm drinnen. Dann gab es noch einen Einsatz und ansonsten einen stetigen Wechsel zwischen Tribüne und Ersatzverein. Genau, und zwar das Problem war damals in dieser Saison eben, dass ich nicht mehr gleichgestellt war, weil ich einen kroatischen Reisepass hatte, dass der Verein aber verabsäumt hat und nicht drauf gekommen ist, falsch recherchiert hat oder was auch immer, es ist einfach runtergegangen. Und nach dem ersten Spiel hat der Verein dann eine Geldstrafe bekommen, weil wir eben mit drei Ausländern und mir vier Ausländer hatten, hat er eine Geldstrafe bekommen, glaube ich, von 50.000 Euro und die ersten elf Spiele haben wir kein Fernsehgeld bekommen. Und ja, dann habe ich eben diese ersten Elf Spiele spielen können, weil die Strafe sowieso fällig war. Und nach diesen Elf Spielen kam dann ein Trainerwechsel, da kam dann Nenard Belica zum FC Lustener. Der hat auf seinen Torhüter gesetzt, auf den Christian Dobnik, war sein gutes Recht. Das hat er mir auch gleich mitgeteilt, dass er auf ihn setzt. Ich hatte das zu akzeptieren. Und danach ist mir eben diese Jugendregelung auch zum Opfer gefallen, weil immer eine gewisse Anzahl von jungen Spielern am Blankett erscheinen musste. Und so musste ich dann teilweise sogar auf die Tribüne. Was sehr hart war, aber ja, das hat mich trotzdem nicht vom Weg abgebracht. Mittlerweile hast du aber einen österreichischen Pass. Mittlerweile habe ich einen österreichischen Reisepass. Ich musste ja sofort nach dem ersten Spiel den österreichischen Reisepass beantragen. Erst dann durfte ich wieder spielen. Und ja, das ist dann Gott sei Dank schneller über die Bühne gegangen, als ich gedacht habe. Aber der Trainerwechsel ist mir dann nicht unbedingt entgegengekommen. Für uns war es, denke ich, positiv, weil im Winter, also in der Mitte der Saison 2019, hat es dich dann erstmals nach Oberösterreich verschlagen zum FC Pasching. Und dort hast du dir ja in der Frühjahrssaison ein Duell mit einer echten Laske-Legende geliefert. Und dieses Duell gegen den Pepe Schickelgruber hast du 10 zu 5 gewonnen. Also du hast öfter gespielt als der Pepe selbst. Wenn du jetzt an ihn denkst, was fällt dir zu unserem Pepe spontan ein? Ich muss ehrlich sagen, der Pepe war nie mein Konkurrent. Der Pepe war immer ein Vorbild in dieser Situation für mich, weil ich gewusst habe, wer der Pepe Schickelgruber ist und was er erreicht hat. Und so habe ich ihn auch immer gesehen. Ich habe tagtäglich von ihm gelernt und wir verstehen uns auch heute noch sehr, sehr gut. Und er hat mir immer wieder Tipps gegeben. Und ich habe, muss ehrlich sagen, von Pepe nur gelernt. Und dass ich spielen durfte, habe ich auch dem Pepe natürlich zu verdanken, weil er sich vor mich gestellt hat und vor dem Trainer und sich für mich eingesetzt hat. Und ja, deshalb werde ich dem Pepe auf ewig dankbar sein. Er ist meiner Meinung nach ein großartiger Sportler und genauso groß ein Mensch. Und ich habe nur lobende Worte für ihn und den größten Respekt. Also in einem halben Jahr hatte ich da alles wieder zum Positiven eigentlich gewendet. Im Jänner war es sehr, sehr schwierig. Dann das halbe Jahr in Paschen und dann hast du im Sommer 2010 beim Laske unterschrieben. Seitdem spielst du auch hier bei uns. Was war damals für diesen Wechsel Ausschlaggebend? Ja, ganz einfach. Das Ziel Bundesliga. Damals hat der Laske eben in der Bundesliga gespielt. Und das war schon immer mein Traum, in die Bundesliga zu kommen. Und natürlich bin ich auch mit dem Gedanken gewechselt, dass ich auf meine Chance warte, dass ich hart arbeite und hoffe, dass sie kommt und dass ich sie nütze. Und ja, ich habe diesen Schritt nie bereut, obwohl es natürlich die ersten zwei Jahre sehr hart waren. Weil der Thomas Mann eben da war und gespielt hat und es viele Trainerwechsel gab. Und der Laske in wirklich keiner einfachen Situation war, das wir alle wissen. Und ja, aber ich bin glücklich, dass ich diese Zeit so gut durchgestanden habe und dass ich jetzt spielen kann. Schauen wir uns diese beiden Jahre vielleicht kurz im Detail an. Im ersten Jahr, wie du schon gesagt hast, waren auch Bundesliga. Du warst immer der Zweier-Goli hinter dem Thomas Mandl, hast Regionalliga gespielt, wenn es sich ausgegangen ist und bist im Kap zum Einsatz gekommen. Du hattest in dieser Saison aber auch dein Bundesliga-Debüt und das kannst du dich ganz bestimmt erinnern. Ja, gegen Kapfenberg haben wir auswärts 2 zu 2 gespielt. Und ja, ich hätte es mir natürlich besser vorgestellt, ich wollte unbedingt gewinnen und vielleicht gleich ein Gegentor bekommen. Es ist natürlich nicht so gut gelaufen. Ich glaube, ich habe mich auch nicht so gut angestellt. Ich hätte mich viel besser anstellen können bzw. verkaufen können. Es ist so gekommen, wie es ist. Ich habe wieder daraus gelernt und dann beim zweiten Spiel gegen Wacker Innsbruck eine viel bessere Leistung geboten. Ich würde sagen, dass ich da mein wahres Gesicht gezeigt habe. Und ja, das war sehr schön. Insgesamt muss ich allerdings sagen, in dieser Saison ist ein unentschieden durchaus schon ein Erfolg gewesen. So viele Siege hat es insgesamt nicht gegeben in diesem Jahr. Ja, leider muss man das auch als Erfolg ansehen. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesem Spiel mehr Tränen gewesen wäre, wenn ich eine bessere Leistung habe. In der nächsten Saison war dann nach dem Abstieg, zweite Liga bis kurz vor Ende eigentlich um den Aufstieg mitgespielt. Für dich lief es wieder ähnlich, eine Halbzeit gespielt und am Ende stand dann fest, der Lizenz entzog. Und der Gang in die dritte Liga. Was hat bei dir da überwogen? War das der Frust dieses Zwangsabstiegs oder hast du trotzdem auch damals schon erkannt, diese große Chance jetzt endlich wirklich um die Nummer 1 zu kämpfen bzw. von Beginn weg die Nummer 1 zu sein? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bis jetzt mit jedem Verein, bei dem ich gespielt habe, identifizieren können. Sprich, ob das jetzt der FC Lustener war oder auch Barschen, obwohl ich da nur ein halbes Jahr war. Und beim Lask war es eben ganz besonders so, weil ich das drumherum mitbekommen habe und gesehen habe, was da für ein Potenzial drinsteckt. Und aus dem Grund wollte ich ganz einfach in dieser schweren Situation nicht weggehen. Ich wollte mich mehr oder weniger nicht so verabschieden. Ich wollte eigentlich erfolgreich sein mit Lask und deshalb bin ich auch geblieben. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich spiele, also auf der Bank gesessen. Wäre ich jetzt vielleicht nicht oder hätte mir dann etwas überlegen müssen, wäre ich nicht lange gesessen. Aber ich habe schnell das Vertrauen bekommen von der Vereinsführung und auch vor allem vom Trainer. Und das hat mich in meiner Entscheidung bestätigt und dann wollte ich ganz einfach nicht weg, bis ich den Lask nicht wieder dorthin bringe, wo ich war, als ich hingekommen bin. Und ja, das ist auf alle Fälle mein persönliches Ziel. Die beiden Jahre in der Regionalliga, ich glaube, die haben wir alle noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Die brauchen wir nicht im Detail zu sprechen. Lass uns da eher über deine persönliche Entwicklung reden. Und wenn ich darf, würde ich das gerne machen anhand eines Beispiels, einer kleinen Geschichte, die wir zwei miteinander erlebt haben im Laufe der letzten beiden Jahre. Blicken wir genau zwei Jahre zurück. Es war November 2012 und wir haben uns damals von seit 1908 aus in einer launigen, feuchtfröhlichen Runde zusammengesetzt und haben eine Kaderanalyse gemacht. Und ich habe mich damals zufolge in dem Satz hinreißen lassen, Parao Perban ist noch nicht der Dukat, der Spiele im Alleingang entscheiden kann, er hat aber das Potenzial dazu. Wie gesagt, das war vor genau zwei Jahren, vor rund einem Jahr, habe ich mich bitte entschuldigt für diese, ja doch etwas blöde Aussage. Heute würde ich fast sagen, nämlich diese Entschuldigung zurück, denn eigentlich habe ich recht gehabt. Du bist nämlich mittlerweile genau dieser Mann, der diese Spiele wirklich zum Teil fast im Alleingang entscheiden kann. Wie siehst du das? Ja, danke für das Kompliment. Ich freue mich natürlich, wenn so positiv über mich berichtet wird. Aber ich muss genauso dazu sagen, dass du jetzt im Nachhinein betrachtet damals auch zu einem gewissen Teil recht hattest. Nur natürlich hat mich das geärgert, weil ich einer bin, der tagtäglich am Platz geht und versucht 100% zu geben. Und da trifft einen so eine Aussage. Aber das war einfach... War aber damals schon nicht böse gemeint. Genau, das war nicht böse gemeint. Ich habe es halt nur persönlich genommen, sage ich jetzt einmal, weil ich eben so bin, wie ich bin. Und ja, heute können wir darüber lachen. Ich meine, ich glaube, ich habe mich dir gegenüber nie anders verhalten wegen dieser Aussage oder so. Wir waren immer gut miteinander und du hast auch das gute Recht, ehrlich zu berichten. Und ich glaube, deshalb schätzen ja auch alle diese Seite seit 1908. Und ja, das ist schon gut so. Was war eigentlich ausschlaggebend für diesen Riesensprung, den du in diesen letzten beiden Jahren gemacht hast? Denn es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man mit 24, 25 noch einmal wirklich so einen riesengroßen Sprung nach vorne macht. Gute Frage. Also ich selber sehe meine Entwicklung vielleicht nicht so sehr wie andere Leute, die mich von Woche zu Woche spielen sehen. Weil ich ja doch jeden Tag mit mir selber beschäftigt bin. Aber ich glaube einfach, dass das regelmäßige Spielen auch einen großen Teil dazu beitragen hat. Und auch das, dass ich jedem Tormantrainer, den ich bis jetzt gehabt habe, gut zugehört habe. Und versucht habe, das immer umzusetzen, was sie mir beibringen wollten. Und dass ich von jedem nur das Beste aufgeschnappt habe. Und ja, dass ich einfach offen war. Und dass das sicherlich auch ein Grund war, warum ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Aber ja, ich bin meiner Meinung nach noch lange nicht dort, wo ich gern wäre oder wo ich mal hinkommen möchte. Und um das zu erreichen, tue ich genauso viel wie früher. Wenn nicht sogar mehr, wenn es geht. Tormantrainer ist genau das Stichwort. Welche Rolle spielt für dich hier im Verein der Wolfi Wimmer? Ist der eine besondere Bezugsperson auch für dich? Ja, auf alle Fälle. Der Wolfi und ich arbeiten jetzt schon seit drei Jahren zusammen. Beziehungsweise seit dreieinhalb Jahren. Jetzt im Sommer werden es vier Jahre. Und ich hatte noch nie einen Tormantrainer oder einen längeren Zeitraum. Und ja, es ist natürlich eine ganz besondere Beziehung. Ich weiß, wie der Wolfi tickt. Er ist nicht der Einfachste. Ich bin nicht der Einfachste. Das ist so, wir sind Tormänner. Deshalb stehen wir im Tor und lassen uns aus drei Metern ins Gesicht schießen. Oder in einem anderen Bereich. Aber ja, ich glaube, wir kommen sehr gut miteinander aus. Ich weiß, was der Wolfi von mir hält und dass er mir großes Vertrauen schenkt. Nicht nur der Wolfi, auch der Trainer und das gesamte Trainerteam. Und der Verein, aber der Wolfi natürlich ganz besonders. Weil er eben mit mir auch zusammengearbeitet hat, wo ich nicht dort war, wo ich jetzt bin. Und ja, dafür bin ich ihm dankbar und werde ihm immer dankbar sein. Genauso aber mit meinen anderen Tormantrainern auch. Aber natürlich, jetziger Stand der Dinge ist eben der, dass ich mit dem Wolfi am längsten zusammenarbeite. Und ja, ich bin froh, dass ich so einen auch verbissenen Trainer an meiner Seite habe, der nie locker lässt. Und ja, ich glaube, der pusht mich auf alle Fälle und hat einen großen Anteil daran, dass ich jetzt da bin und so ein Interview geben darf. Die fleißigen Stadiongänger kennen den Wolfi ja vor allem als emotionales Energiebündel. Ist das auch im Training? Ja, schon. Also früher hat der Wolfi mich eher beruhigen müssen. Jetzt ist es umgekehrt der Fall. Ja, der Wolfi lebt einfach mit. Er lebt im Fußball. Und ja, es ist glaube ich auch für die Leute, die ein Match sehen, immer schwieriger, weil sie nicht eingreifen können, als vielleicht für uns, die am Platz stehen. Und ja, den Wolfi zerfrisst das halt mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, auf der Bank. Aber er hat sich da schon mittlerweile viel mehr unter Kontrolle, als es vielleicht früher der Fall war. Ja, das ist ja gut, wenn Menschen so mitlegen. Und ja, das pusht natürlich sicherlich auch die Mannschaft. Man darf es aber natürlich nicht übertreiben. Apropos emotionales Energiebündel, ein solches steckt ja auch in dir, auch wenn man das gar nicht so glauben würde, wenn man sich so mit dir unterhält, abseits des grünen Rasens. Aber in dir stecken unglaublicher Ehrgeiz, Siegeswille und Zielstrebigkeit. Das traue ich mir jetzt so zu unterstellen. Und das nicht nur im Spiel, sondern auch, glaube ich, fast in jedem Training. Was machst du, um dich vor so einem Spiel zu pushen? Und vor allem aber, wie gelingt es dir, dich nach einem Match, in einer vernünftigen Zeit wieder runterzukühlen? Ja, stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Vielleicht trägst du es auf mich zu. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht einmal, was ich wirklich sagen soll. Ich würde sagen, dass ich schon immer so war. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann versuche ich es zu 100% zu erreichen. Ich gebe mich mit 99% nicht zufrieden. Und ich glaube, das ist für einen Sportler ganz wichtig. Es gibt immer etwas, was man besser machen kann und muss. Und ja, wie gesagt, es ist am wichtigsten, dass man unständig und zielstrebig bleibt. Und dann kann man, glaube ich, alles erreichen. Was sind denn so Dinge, an denen du noch arbeiten musst? Gibt es wirkliche Schwächen, wo du sagst, ja, über die kann ich jetzt reden, ohne dass wir den zukünftigen Gegnern so viel verraten? Schwächen gibt es einige, viele sogar. Aber ich glaube, die sollte ich eher mit dem Dormann-Trainer besprechen, um den Gegner nicht noch stärker zu machen. Aber so die wesentlichen Punkte beim Dormann sind eben das Fußballerische, das Technische und das Flanken und solche Sachen. Ich glaube, da kann man sich immer verbessern, ins Unendliche. Und eine Steigerung nach oben hin gibt es nicht. Das sieht man immer wieder auch an den Top-Torhütern und auf der ganzen Welt. Und ja, das versuche ich halt tagtäglich am Platz zu machen. Und wo im Tormannspiel siehst du dich wirklich am stärksten? Was würdest du als Stärken definieren? Ja, mittlerweile natürlich auch das offene Spiel, also offensive Spielweise. Und ja, fußballerisch, glaube ich, habe ich mich auch sehr gut entwickelt. Das sind halt so die Punkte, sag ich jetzt mal, wo ich ganz besonders ein Augenmerk drauf gelegt habe. Und ich hoffe, dass das die Leute auch erkennen. Du hast zuerst so im Spaß gesagt, naja, deswegen sind wir ja Torhüter, der Wölfe und du. Lass uns ein paar Klischees bedienen. Was unterscheidet denn so die die Psyche eines Tormanns vor der eines Wittelfeldspieler oder eines Golletters? Ja, also der Torhüter ist, Vicky wird schon fast so weit gehen und sagen, dass der Torhüter ein Einzelsportler ist. Er ist ganz alleine da hinten in seinem 16 und wartet sozusagen auf die Beute, bis sie in sein Revier kommt, um sie dann zu attackieren. Ja, das sind halt ganz besondere Sportler und meistens auch Menschen, weil die eben so verrückt sind, egal ob es jetzt positiv oder negativ ausgelegt wird. Und ja, Torhüter sind einfach Torhüter. Und das gleiche sagt man auch über links außen. Ja, es gibt auch einige Klischees. Du hast deinen Ehrgeiz schon kurz angesprochen auch vor. Es gibt ja beim Lass natürlich nur fleißige Spieler, davon gehen wir schon aus. Wir haben aber auch schon gehört, dass du ganz einer, der besonders fleißig bist. Wie schaut denn so ein Trainingstag bei dir aus? Der besteht ja angeblich nicht nur aus einer kurzen Einheit am Vormittag und einer am Nachmittag. Ja, ich versuche mich natürlich so gut wie möglich vorzubereiten. Sprich, ich versuche so früh wie möglich ins Bett zu gehen und mich so gut wie möglich zu erholen, gesund zu essen, früh aufzustehen und das Essen gut zu verdauen. Dann komme ich natürlich, sag ich jetzt einmal, früh genug zum Training. Ich möchte halt immer der Erste sein, der am Platz ist und der Letzte ist, der weg, der geht. Und dass es nicht immer der Fall ist, das glaube ich, ist menschlich. Aber ja, ich versuche einfach das, was ich mache, zu 100% auszuführen und immer zusätzlich noch was zu machen, weil ich einfach der Meinung bin, wenn ich mehr tue, dann wird mich mein Konkurrent eher nicht überholen. Aber mittlerweile ist man auch drauf gekommen, dass man eher richtig arbeiten sollte und nicht einfach nur lange arbeiten sollte. Ich spreche mich da mit unserem Konditionstrainer, glaube ich, ganz gut ab und wir haben da ein super Programm für mich gefunden, was da gut zu mir passt und jetzt muss es einfach nur noch greifen. Aber es kann schon durchaus vorkommen, dass man dich vor der Trainingseinheit in der Kraftkammer findet und nach der Trainingseinheit auch wieder in der Kraftkammer findet. Ja, sicher. Falls ich was vergessen habe in der Kraftkammer, dann gehe ich nochmal zurück. Okay. Nein, Spaß. Aber ja, das kann durchaus vorkommen, weil ich einfach der Meinung bin, dass du als Torhüter durchtrainiert sein musst. Du musst dich auf so ein gutes Label bringen. Natürlich auch als Spieler, aber als Torhüter ganz besonders, weil du dich eben tagtäglich schmeißt, musst gut aufgewärmt sein. Und ja, der Oberkörper spielt genauso wichtige Rolle wie der Unterkörper. Und ja, da gibt es einiges zu tun. Das hat jetzt nicht immer nur mit Gewichtestämme zu tun. Und ja, wenn man sich daran hält, dann kommt man, glaube ich, auch weiter, als wenn man es nicht tut. Eine Frage, die irgendwie auch zum Thema Vorbereitung passt. Du hast dich ja auch als Elferkiller mittlerweile bewährt im Cup gegen Mattersburg und gegen Rapid, jetzt wieder auswärts in Mattersburg. Bereitest du dich da wirklich gezielt auch darauf vor? Schaust dir an, was machen die einzelnen Spieler, die Elfer schützen das Gegner so? Ja, auf alle Fälle. Also ich muss sagen, ich persönlich mache es aber noch zusätzlich. Also hole mir Informationen, die für mich wichtig sind, die vielleicht der Trainer nicht so erwähnt, weil er sich auf andere Sachen konzentriert, die für andere Spieler wichtiger sind. Und ja, man kann einfach nicht alles abdecken. Ich glaube, wenn man zusätzlich was braucht, dann muss man sich das auch holen. Das ist das Gleiche wie mit der Kraftkammer. Meiner Meinung nach brauche ich das, so gut bin ich nicht, dass ich sagen kann, es interessiert mich nicht, was der macht. Ich halte den Ball sowieso. Ich versuche mich eher so vorzubereiten, dass ich ungefähr weiß, was ein Spieler macht, auf was er schaut. Aber ich glaube, in der entscheidenden Situation ist es trotzdem eine Kopfsache. Es nützt mir nichts, wenn ich weiß, der schießt jetzt nach rechts und ich habe den Ball trotzdem nicht. Ich glaube, man muss sich versuchen, in den Spieler hinein zu versetzen. Ich glaube, der Spieler hat noch mehr Druck als der Torhüter selber, weil jeder erwartet, dass der Spieler trifft. Und ich versuche ihn einfach zu lesen, seine Gedanken zu lesen, mich in ihn hinein zu versetzen. Und Gott sei Dank ist mir das in der Saison wie in Matersburg gut geworden. Aber wahrscheinlich ist auch schon genau diese Vorbereitung mit ein Grund, weil es genau diesen Funken mehr Sicherheit und Selbstvertrauen in der Situation geben kann. Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, das Glück kann man erzwingen. Ich will mich nicht aufs Glück verlassen. Ich will alles dafür tun, um das Glück zu erzwingen. Und ich glaube, wenn man das versucht und wenn man sich mehr vorbereitet als die anderen, wenn man mehr trainiert als die anderen, dann kommt es zurück. Daran glaube ich, mit dem bin ich immer gut gefahren. Und ja, wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendein anderer Torhüter, der mein Konkurrent ist, egal wo der ist, dass der mehr tut, dass ich mir was vorwerfen kann. Ich möchte einfach mich so optimal wie möglich vorbereiten, um den voraus zu sein oder um den einzuholen und das zu erreichen, was er erreicht hat. Beim letzten Auswärtsspiel in Martersburg war diese Vorbereitung definitiv optimal. Du hast in der Nachspielzeit diesen Elfer pariert. Du hast dann bei der anschließenden Ecke noch einmal mit einer wirklich irren Parade diesen 1-0-Auswärtssieg in einem Sechs-Punkte-Spiel gerettet. Wie ist es dir da am Abend dann gegangen, beziehungsweise spät in der Nacht, wie wir heimgekommen sind? Seitdem hast du da schlafen können? Um ehrlich zu sein, nicht. Oder nur ganz schlecht, ganz wenig. Ja, das sind so Tage, die einen unglaublich glücklich machen. Man wünscht sich, dass der Tag ewig dauert, dass er nie zu Ende geht. Und ja, aber am nächsten Tag muss ich ehrlich sagen, beim Training habe ich schon wieder aufs nächste Spiel versucht zu konzentrieren. Natürlich genießt man da noch und liest die positiven Kommentare, die man mitbekommt. Vielleicht jemand hat bei uns gepostet, Pau, ich will ein Kind von dir. Ja, das war auch so eine lustige Geschichte. War ein Mann. War ein Mann, ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich glaube, das wird schwer, aber ich akzeptiere seine Vorliebe. Und ja, das sind natürlich Tage, die man nie vergisst. Also ich werde den Tag nie vergessen. Nicht nur diesen Elfmeter, den ich gehalten habe, sondern die Situation danach. Man muss sich ja vorstellen, wir waren in Mattersburg, es waren 5.500 Leute dort, ungefähr 500 Lasker, sage ich jetzt einmal, gefühlte. Und das ganze Stadion hat gejubelt, als es eben diesen Elferpfiff gab. Jeder hat schon damit gerechnet, dass es ein 1-1 wird oder vielleicht sogar noch ein Sieg von Mattersburg. Und die wenigen Lasker, sage ich jetzt einmal, die in der Unterzahl waren, sprich die Fans oder das Trainerteam, die Ersatzspieler, die Vereinsführung, die uns auch dorthin begleitet hat, die standen da alle in so einer Ecke. Und nachher halte ich eben den Elfmeter und sehe, wie alle Mattersburger den Kopf hängen lassen und unsere jubeln und liegen sie alle in den Armen. Das ist mir persönlich viel mehr wert, weil ich eben einfach so viele Leute rund um mich herum einfach glücklich gemacht habe in dem Moment als meine Elfer, den ich gehalten habe. Sondern mir geht es wirklich eben um diesen Teamgeist, der bei uns enorm ist. Und wegen dem wir ja auch oben stehen in der Tabelle. Das ist alles kein Zufall. Und das haben wir uns hart erarbeitet. Wir legen großen Wert darauf, arbeiten auch mit einem speziellen Trainer an dem Teamgeist. Und das macht es einfach alles bezahlt. Und wenn man dann, sage ich jetzt einmal, mit solchen Aktionen jemanden so glücklich machen kann und sie Menschen in den Armen liegen, weil ich eine gute Aktion mache, dann ist das für mich persönlich das Schönste, was ich erreichen kann als Sportler. Ja, das ist Fußball. Ich glaube, das sind ja die Momente, die für sehr viel Qual entschädigen, oder? Ja, auf alle Fälle. Und das bestätigt mir einfach nur in meiner Arbeit. Ich möchte nicht genauso viel machen für das nächste Spiel, sondern einfach noch mehr und versuche immer mehr und mehr und mehr zu machen, um einfach zu vermeiden, dass so ein Schlenderer hineinkommt und dass man sich gehen lässt. Gott sei Dank bin ich bis jetzt nicht der Typ, der sowas macht und der sich eben gehen lässt. Ja, ich versuche einfach fokussiert zu bleiben und immer mehr zu machen als der andere. Du überlässt ja, glaube ich, wirklich so gut wie nichts dem Zufall. Du hast ja auch eine besondere Beziehung zu deinem Sportgerät, zu deinen Handschuhen. Vor dem entscheidenden Relegationsheimspiel gegen Pahndorf ist ja da etwas passiert. Dieses Spiel hätte ja fast ohne dich stattfinden müssen. Ja, ohne mich hätte jetzt nichts stattgefunden. Ich glaube, dann hätte ich ohne Handschuhe gespielt oder mit Winterhandschuhen. Das wäre mir in dem Fall egal gewesen, weil ich das Spiel unbedingt spielen wollte. Aber ja, ich bereite immer vor dem Spiel meine Handschuhe vor und gebe es dann unserem Zeugwart, den Klaus Fischl. Und der kümmert sich ganz besonders darum und gibt ihnen ganz besonderen Platz, dass ja keinen Druck auf ihnen lastet und nichts. Bei dem Spiel hat er eben so viele Sachen zu organisieren, dass es vielleicht irgendwie vergessen hat oder vielleicht habe ich es ihm schlecht hingelegt oder unübersichtlich zurückgelegt oder was auch immer. Auf jeden Fall wollte ich dann zum Aufwärmen und habe gesehen, dass meine Handschuhe nicht da waren. Ich habe mir gedacht, dass er mich vielleicht irgendwie so besonders behandeln will und sie irgendwo von einem ganz bestimmten Platz gelegt hat, damit ja keiner angreift oder sonst was. Dem war aber nicht so. Er hat es nämlich im Stadion vergessen, sprich in Zördorf vergessen. Und ja, bei der Masse, die im Stadion war, war es nicht so einfach wieder nach Zördorf zu fahren und die Handschuhe zu holen. Die habe ich dann kurz vor dem Spiel bekommen. In der Zwischenzeit habe ich mit den Handschuhen vom Torwarttrainer von Wolfgang Wimmer aufgewärmt, was kein Problem war. Ja, der Klaus hat diese Geschichte erzählt, weil er wahnsinnig stolz auf diese Leistung ist. Es war ein absolutes Verkehrschaos auf dem Zerhule. Und er ist trotzdem in Weltrekordzeit, glaube ich, noch zu Zördorf in der Ritur gekommen. Klaus meistert alles irgendwie. Wir wissen selber nicht, wie er das macht, aber er ist unglaublich. Er ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Putzelstein bei diesen ganzen Erfolgen. Ja, auf alle Fälle. Er ist auch so ein Einzelsportler wie der Torhüter. Er ist auch ein verrückter Vogel, aber auf seine Art und Weise. Aber was er macht, das ist wirklich bewundenswert, wer das alles meistert. Aber vor allem mit welcher Leichtigkeit, das, glaube ich, findet man nicht so schnell wieder. Und ich glaube, jede Mannschaft kann sich nur so ein Zollwart wünschen. Vorbilder sind wichtig, Zeugwarte sind wichtig, Handschuhe auch. Was die Vorbilder angeht, kann ich mich, glaube ich, erinnern auf ein früheres Interview von dir. Da hast du den Oliver Kahn genannt. Wir sind allerdings der Meinung, dass es seit dem Sommer da ein neues Vorbild geben muss. Ein neues Vorbild, das war schon ein Wortspiel. Ja, ein gut neues Vorbild würde ich jetzt nicht sagen. Es war immer der Oliver Kahn, der mich so als Typ fasziniert hat. Der Siegeswille vor allem. Aber natürlich, heutzutage ist der Manuel Neuer noch moderner, als es Oliver Kahn damals war. Und ich glaube, die Mischung macht es aus. Also so ein Siegertyp wie der Oliver Kahn und die Fähigkeiten von Manuel Neuer heutzutage, ich glaube, das wäre die perfekte Mischung. Aber ich glaube, die sind beide so gut, dass beide, unter Anführungsstrichen, perfekte Torhüter waren oder sind. Und ja, es wäre ein Traum einmal mit denen im gleichen Raum zu stehen. Oder, sage ich jetzt einmal, um Spielfeld zu spielen oder sonst eben. Das sind einfach besondere Persönlichkeiten meiner Meinung nach. Am Freitag beim FAC gab es schon eine Szene, da hast du den Manuel Neuer richtig alt aussehen lassen. Vielleicht, dass ein Tormann so ungefähr auf Höhe der Mittellinie zwei Gegner schleppt. Das kommt uns sehr, sehr selten vor. Versuchst du das jetzt seit dieser WM wirklich noch aktiver mitzuspielen, noch offensiver zu sein, öfter den Strafraum zu verlassen? Oder ist es einfach so, dass es uns jetzt nach dieser WM mehr auffällt? Ich glaube, dass es den Leuten, seitdem das der Mangel Neuer macht, einfach noch mehr auffällt. Vielleicht sogar noch, noch mehr seit der WM. Ich habe es schon immer versucht, so zu spielen. Und natürlich braucht man auch ein gewisses Selbstvertrauen für solche Aktionen. Und im Moment habe ich das ganz einfach. Und ich möchte es auch beibehalten, wenn es einmal nicht so gut rennt. Ich möchte der Mannschaft einfach helfen, weil sich das Spiel verändert hat. Weil man heutzutage sehr viele Pässe abfangen kann und somit Chancen verhindern kann. Und eben Tore verhindern kann. Und ja, das verlangt aber auch der Trainer von uns. Und ja, für so Mannschaften, sage ich jetzt einmal, die Fußballer, die so gut drauf sind wie der Lasky, ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass du da hinten jemanden hast, der versucht immer mitzuspielen. Weil die Spieler bei uns eben eher doch nach vorne rücken und dann hinten so ein großer Spielraum offen bleibt für den Gegner. Und um das eben zu verhindern, um diese Gegenstöße oder Konter zu verhindern, muss ich eben so mitspielen, wie ich das mache. Dass es riskant ist, das weiß ich, aber ich versuche es trotzdem in einem gesunden Maß zu machen. Und ich glaube, bis jetzt bin ich ganz gut damit gefahren. Zwölf Tore in 18 Spielen käme ich auf jeden Fall recht, würde ich sagen. Du wirst morgen 27. Als Torwart hast du, wenn du möchtest, noch sicher 10, vielleicht sogar 15 Jahre vor dir. Da hat es Beispiele gegeben. Gibt es ganz besondere Ziele? Gibt es zum Beispiel einen Verein, bei dem du unbedingt gerne mal spielen wollen würdest? Ja, natürlich gibt es diese Vereine, aber wenn ich die jetzt nenne, lachen vielleicht viele zu Hause drüber. Ja, ich glaube, jeder, jedes Kind träumt davon, dass er mal bei so einem Topklub spielt, wie es jetzt sei es Bayern München oder Chelsea oder Manchester oder was auch immer ist. Ja, das sind natürlich Vereine, von denen man wirklich vielleicht nur träumen kann. Aber solange ich Fußball spiele, möchte ich einfach alles hineinstecken, was geht. Alles aus mir rausholen, was geht. Und wenn es dann irgendwann einmal für sowas reichen soll, dann bin ich glücklich. Und wenn es nicht reicht, kann ich mir in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles versucht. Du warst halt einfach nicht so gut, dass du vielleicht dort spielen kannst. Aber du musst auf Stolz drauf sein, auf das, was du erreicht hast und auf die schönen Momente, die du erlebt hast. Und ja. Gut, solche Träume sind das eine, aber du bist mit Sicherheit einer, der sich immer Ziele setzt. Also was gibt es denn da jetzt wirklich so, wo du sagst, die sind realistisch zu erreichen? Ja, realistisch wäre es auf alle Fälle, dass wir in Lasca aufsteigen und dass man dann in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, eine gute Rolle spielt. Dass man nicht nur einen Abstieg spielt, sondern eine wirklich gute Rolle spielt. Sprich, unter den ersten vier, fünf Mannschaften spielt. Und ja, vielleicht lachen jetzt in diesem Moment viele Leute, aber ich bin der Meinung, dass der Lasca, wenn er aufsteigt, sich noch einmal verstärken wird, sich noch einmal einiges im Verein tun wird und er wieder eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen wird. Und ich glaube, dass dann alles möglich ist. Denn wir haben ja gesehen, dass es alle drei, vier, fünf Jahre einen Überraschungsmeister gibt. Warum soll das nicht irgendwann einmal wieder der Lasca sein? Ist eh schon so lange her und ich glaube, mit diesem Umfeld und mit den Leuten im Verein, die so hart arbeiten, glaube ich, ist alles möglich. Auch wenn wir jetzt natürlich in der zweiten Liga sind und ganz andere Ziele verfolgen. Aber träumen darf man und das ist mein Traum. Der eine oder andere Zuschauer wird sich jetzt vielleicht denken, ja, das mit dem Lasca, das muss der Pavaro jetzt sagen. Ich glaube dir das aber sofort und ungeschminkt, denn mir hat ein Mannschaftskollege von dir heuer schon zu Ostern erzählt, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Und das war ja lange bevor überhaupt feststand, ob man die Relegation erreicht und dann auch, ob man die Relegation schafft. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt. Das war im Trainingslager. Da habe ich mir mit dem Jürgen Werner alles ausgemacht und habe ihn auch verlängert und bin fest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Wie gesagt, ich komme nicht einfach zum Verein ohne ein Ziel. Und ja, mein Ziel war es eben nach den ganzen Abstiegen und den Skandalen, dass ich den Lasca mindestens dort wieder hinbringe, wo er eben war, und dort versuche eine gute Rolle zu spielen in den Lasca. Und das möchte ich schaffen und ich glaube, da sind wir alle den Fans schuldig. Und uns selber auch. Und ja, das ist mein Ziel und ich bin mir sicher, dass ich das erreichen werde. Die Freunde des LASC waren ja da beim Trainingslager natürlich schon da und haben das Router bereits übernommen gehabt. Die haben bestimmt eine wichtige Rolle auch gespielt bei dieser Entscheidung. Du bist jetzt im fünften Jahr beim LASC. Was hat sich für dich als Spieler seit dieser Übernahme und Neustrukturierung durch Sigmund Gruber & Co. zum Positiven verändert? Da sind wirklich sehr viele Sachen. Obwohl ich sagen muss, dass es in der Bundesliga mit dem LASC auch sehr schön war. Natürlich kommen da immer wieder so Kleinigkeiten zum Vorschein. Aber ich glaube, perfekt oder recht machen kann man sowieso nie jedem. Aber es hat sich natürlich sehr viel verändert seitdem die neue Vereinsführung. Da ist vor allem die Berichterstattung in den Medien, die ist viel positiver. Das ganze Umfeld ist viel positiver. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr so negativ berichtet in den Zeitungen. Skandale gibt es fast nicht mehr. Es gibt ja kaum was Negatives zu berichten. Genau. Es gibt doch jetzt mehr oder weniger nichts Negatives zu berichten. Obwohl ich mir sicher bin, dass Leute aus den Medien sicherlich was finden würden, wenn sie was finden wollen würden. Weil was Negatives finden kann man immer bei jedem, bei mir. Naja, früher war es allerdings fast Mainstream gegen den LASC zu sein. Und heute wird sich jedes Medium fast der Eintour schießen. Genau. Genau. So ist es. So sehe ich das genauso. Ich glaube, die Leute erkennen, dass die Leute, die jetzt den Verein übernommen haben, einfach große Ziele mit dem Verein haben. Dass sie sich selber eher rausnehmen oder nicht in den Vordergrund stellen und sagen, ja, ich bin der große Boss und ich manage das ganze. Sondern einfach nur, es ihnen einfach nur um den LAS geht. Und das schätzen die Leute. Und ja, von der Mannschaft, glaube ich, waren sie schon immer begeistert. Weil es eben so zum Verein gestanden ist, als es eben ganz schlecht lief. Und das hat es eben verändert. Und von den Bedingungen oder vom Umfeld, jetzt auch von den Trainingsbedingungen, müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Weil die sind sowas von unglaublich. Also, ja, ich bin einfach nur so froh, dass ich da trainieren darf, weil da einfach alles passt. Es werden uns einfach alle Wünsche erfüllt. Und ja, man kann sich nur aufs Sportliche konzentrieren. Man muss sich nicht darum kümmern, wann das Geld auf dem Konto ist oder sonst etwas. Oder wo wir trainieren. Wann wir trainieren. Ob wir, genau. Oder ob wir das Geld bekommen. Aber okay. Es ist sicherlich keine einfache Zeit für den ehemaligen Ex-Präsidenten gewesen. Ja, gut. Ich glaube, wir sind alle froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ja, dennoch muss ich persönlich dankbar sein. Denn unter dem ehemaligen Präsidenten bin ich zum Last gekommen. Und ich kann jetzt auch nicht alle schlecht reden. Also es wäre auch nicht fair ihm gegenüber. Nur bin ich froh, dass es natürlich jetzt so ist, wie es ist. Lass uns noch einmal auf deine Ziele zurückkommen. Du hast zuerst gemeint, du selbst kannst diese Leistungssteigerung nicht so einschätzen. Mittlerweile spielt ihr wieder Bundesliga. Und es gibt jede Menge Statistikmaterial auf Lowlines, auf Bundesliga.at. Und du wirst die wahrscheinlich kennen. Du hast die beste Fangquote der ganzen ersten Liga. Und stellst mit dieser Quote sogar, glaube ich, fast alle in der Bundesliga in den Schatten. Und jetzt ist am Wochenende Länderspielpause. Und da gibt es drei Torhüter, die, sagen wir, in letzter Zeit zum Teil sehr durchwachsene Leistungen gezeigt haben. Ist dieses Nationalteam für dich ein Thema? Oder sehen wir Fans das ein bisschen zu sehr durch die schwarz-weiße Fälle? Ja, also, ich meine, es ist ja alles so extrem im Leben eines Sportlers. Wenn man gut spielt, dann wird man vielleicht gleich mit dem Nationalteam in Verbindung gebracht. Wenn man einen schlechten Lauf hat, wird alles in Frage gestellt. Es ehrt mich natürlich, dass mein Name überhaupt mit sowas in Verbindung gebracht wird. Dennoch muss ich aber zum Schutz aller Bundesliga-Torhüter sagen, dass das schon was anderes ist, ob ich hier in der zweiten Liga so eine Fangquote habe oder ob ich die oben aufweisen kann in der Bundesliga. Also, ich bilde mir jetzt nicht darauf ein, dass ich jetzt besser bin als ein Kulaschi oder irgendwer anderer, der im Nationalteam ist. Ich glaube, als Zweitliga-Torhüter wäre es schon ganz frech, wenn ich da fordern würde, dass ich in ein Nationalteam komme. Weil ich der Meinung bin, dass da eben so viele Torhüter in der ersten Liga spielen und nicht umsonst in der Liga spielen und sie auch eine Einberufung verdient hätten. Und ja, wenn man sich das österreichische Nationalteam zum Beispiel anschaut, ist da ein Robert Almut, der zwar nicht spielt, aber immer wieder gute Leistung gebracht hat. Seit Februar, glaube ich, nicht mehr spielt. Seitdem er dennoch eine sehr gute Leistung gebracht hat, immer im Nationalteam oder vor allem jetzt gegen Montenegro. Und ich glaube, das wäre ja unverschämt, wenn ich da jetzt irgendwas fordern würde, das würde ich nie im Leben machen. Aber es ist für mich eine Ehre, wenn man mit sowas in Verbindung gebracht hat. Die Vorderung, glaube ich, die würde von dir nirgends kommen, so war es nicht gemeint. Die Frage war für mich einfach die, es gibt doch irgendwie diese Torhüterposition, die ist im Team durchaus vakant. Zumindest hat man dort drei, die wirklich konstant stark sind und du spielst einfach, obwohl die zweite Liga wirklich eine sensationelle Saison. Und da wäre es doch nicht vermessen, dass man zumindest dieses Ziel früher oder später einmal zu Auge fasst. Achso, das Ziel auf alle Fälle. Das Ziel auf alle Fälle. Also ich glaube, um das Ziel zu realisieren, muss man mit dem Lars aufsteigen in der Bundesliga spielen. Und dann, sage ich jetzt mal, ist man näher dran als jetzt in der momentanen Situation. Und dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß, wie schnell das im Fußball gehen kann von 0 auf 100. Man sieht es ja am besten beim Kevin Wimmer, oder? Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Vorbild für jeden Spieler. Der hat einen absoluten richtigen Weg gemacht und hat sich alles verdient. Dem ist nichts geschenkt worden. Und ja, ich hätte nichts dagegen, wenn es bei mir auch so war. Vor allem gab es ja im österreichischen Nationalteam schon einmal einen Torhüter aus Österreichs 2. Liga. Der war zufällig vom Lask. Ja, der Hans-Peter Berger. Ich kann mich nur noch auf Lindenberger erinnern. Hat Hans-Peter Berger auch in der Zeit? Achso, zur Lask-Zeit nicht. Er war damals bei der Admira in der 2. Liga und der Lask auch noch in der Bundesliga. Kann ich mich erinnern, dass Torhüter ausgefallen sind und er ist nachgerückt. Natürlich, warum sollen wir das Unmögliche nicht möglich machen? Das ist mir schon klar, aber ich muss ehrlich sagen... Also Kontakte gab es bisher noch keine? Nein, mit mir hat keiner gesprochen. Aber es ehrt mich, wie gesagt, das muss ich immer wieder betonen, dass ich mit sowas überhaupt in Verbindung gebracht werde. Auch wenn es nur von Lask-Seiten ist, aber ja... Gut, wir sind da, um nicht ernst zu nehmen. Nein, nein. Wir sind Lask-Fans. Ich bitte mir darauf nichts ein. Es ist einfach nur schön. Es ist besser. Man spricht so über mich als anders. Aber du kennst uns als Herrlich. Ja. Danke. So, bevor wir uns jetzt mit den letzten beiden Partien vor der Winterpause beschäftigen, muss ich noch eine sehr persönliche Frage stellen. Und die stelle ich ganz bewusst am Ende in der Hoffnung, dass einige schon nicht mehr zusehen. Also diese Vorbereitung ist ja bei uns seit 1998 zum Teil auch Teamwork. Und ich muss diese Frage stellen. Bist du eigentlich sehr eitel? Würde ich nicht sagen. Ich lege schon Wert auf mein Äußeres, aber ich bin jetzt nicht übertrieben eitel. Also ich brauche jetzt nicht jeden Tag Papaya oder Gesichtscreme oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich brauche das, was jeder andere Mann auch braucht. Ich dusche jeden Tag. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht übertrieben. Ich putze mir jeden Tag die Zähne regelmäßig. Aber jetzt... Nein, die Frage hat einen natürlich auch nicht ganz ernst gemeinten Hintergrund. Wir haben dich noch nie mit einem Kapperl gesehen. Ganz egal, wie tief die Sonne auch steht. Magst du generell keine Kopfbedeckungen oder macht dir die Sonne nichts aus? Oder geht es dir doch auch ein bisschen um die Frisur? Also ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich schon auf die Frisur achte. Aber ich würde jetzt nie die Frisur vor das Resultat stellen. Das auf gar keinen Fall. Ich bin einfach nur der Meinung, dass mir das Kapperl nicht wirklich helfen würde. Und deshalb lasse ich es weg. Weil ich eben der Meinung bin, wenn ein hoher Ball kommt, muss ich sowieso nach oben schauen. Und da bringt mir auch das Kapperl nichts. Ich schaue einfach direkt in die Sonne. Ich verfolge immer die Flugbahn des Balles oder muss das machen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es mir das Kapperl nicht so viel bringt. Und wenn man sich die Torhüter international anschaut, ich glaube nicht, dass jemals jemand den Mangel Neuer oder Peter Cech oder so mit einer Kappe gesehen hat. Höchstens mit einem Helm. Peter Cech, aber das hat einen anderen Hintergrund. Und ja, deshalb war ich auch nie eins auf. Gut, und damit hätten wir auch diese Frage ein für alle Mal geklärt. Die sind wirklich einige Male vorgekommen hier im Zugehörter Vorbereitung. Kommen wir zum Ende. Der Herbstmeistertitel ist eingefahren. Zwei Partien stehen noch an. Rein vom Papier her müsste es ein Spaziergang sein. Kapfenberg ist der Tabellen 8. Hartberg ist letzter. Bisher war es gerade gegen diese beiden Teams aber schwierig. In Kapfenberg gab es einen sehr, sehr knappen Heimsieg, einen unentschieden auswärts. Und dann eine echte Klatsche im Cup. Hartberg ist überhaupt die einzige Mannschaft, gegen die in dieser Saison kein Sieg eingefahren werden konnte. Da stehen zwei Heims zu Buche. Was erwartest du dir jetzt nach zwei Wochen Pause dann von diesen letzten beiden Partien? Ja, ich erwarte mir zwei sehr schwere Spiele. Vor allem das Spiel in Hartberg. Aber an das denken wir jetzt noch nicht einmal so. Wir haben, glaube ich, noch eine Rechnung offen mit Kapfenberg. Die fünf Tore haben uns allen sehr wehgetan. Ich glaube, einen Mann ganz, ganz besonders. Dem, der sich immer aus dem Netz geholt hat. Aber es hat uns alle getroffen, weil wir einfach der Meinung waren, dass wir im Cup eine wirklich gute Rolle hätten spielen können. Und wir haben wirklich an die Sensation geglaubt, es aber trotzdem im entscheidenden Moment nicht so am Platz gezeigt haben. Und das tut uns, um ehrlich zu sein, schon sehr weh. Da gilt auch die Ausrede nicht, dass wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren können oder wollen oder was auch immer. Das hätten wir vielleicht letztes Jahr gelten lassen. Aber in diesem Jahr nicht. Mit dieser Truppe hätte man wirklich überraschen können und mit ein bisschen Losglück auch wirklich ganz weit kommen können. Und was dann passiert wäre, das kann man sich ja wirklich nur ausmalen. Aber okay, es ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt müssen wir uns wirklich nur auf die Meisterschaft konzentrieren. Und ich hoffe, das zeigen wir auch. Ich hoffe, dass wir in Linz jetzt in Karpfenberg fünf Tore schießen, so wie sie es uns gemacht haben. Du musst aber nicht noch unbedingt nach vorne kommen. Nein, ich versuche zu Null zu spielen, aber es ist schwer genug. Und in Hartberg natürlich wollen wir auch gewinnen. Das wird noch einmal ein Stück vielleicht sogar schwerer, weil es eben auswärts ist und jede Mannschaft zu Hause sehr schwer zu schlagen ist. Wir haben es ja schon beim ersten Auswärtsspiel gegen Hartberg gesehen. Da haben wir 2 zu 0 geführt. Hätten das Spiel souverän gewinnen müssen und geben es dann in den letzten 15, 20 Minuten noch aus der Hand und können vielleicht noch froh sein, dass wir es nicht verlieren. Also es war sehr bitter. Dieses Unentschieden hat uns ganz sicher sehr wehgetan. Aber okay, dafür haben wir in anderen Spielen auch Glück gehabt. Ich spreche jetzt so wie gegen den FAC, dass wir nicht verlieren. Und ich glaube, das kommt alles zurück. Es gleicht sich alles aus. Diese Woche ist ja ohnehin etwas Entspannung, zumindest angesagt. Ich glaube, ich warte am Montag in der Eurotherme in Bad Schallerbach. Und auch ansonsten sind doch einige verletzte und angeschlagen. Da kommt diese Länderspielpause jetzt wahrscheinlich gerade euch wirklich recht. Ja, die kommt uns sicherlich recht. Vor allem mit dem Nationalteam. Und so mussten wir viele Spieler abgehen. Jugend-Nationalteam. Und ja, verletzte gab es eben auch. Aber wir haben uns gut erholt. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, werden uns alle Türen geöffnet, falls wir irgendetwas brauchen, alle Wünsche erfüllt. Und das nützen wir natürlich zu 100 Prozent aus. Regenerieren gut. Arbeiten trotzdem sehr gut. Auch wenn nicht alle vielleicht fit sind. Und ja, es wird sich um jeden Spieler zu 100 Prozent gekümmert. Und gegen Kampfen, glaube ich, steht einer schlagkräftigen Truppe nichts im Wege. Das hoffen wir auch wir. Barbaro, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Alles Gute noch einmal zum Geburtstagmorgen. Feiert ordentlich. Alles Gute für die restlichen Partien. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere Spiele zu Null. Ja, und auch bei euch darf ich mich damit verabschieden. Das war die heutige Ausgabe von Seit1908 TV. Wir melden uns garantiert demnächst wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis dahin, viel Spaß.